Eine Frage, die ich mir häufig stelle in letzter Zeit, ist diese Frage. Männer, für die Frauen nur Objekte sind, sterben die eigentlich nie aus? Gut, in diesem Zusammenhang muss man Silvio Berlusconi loben, der immerhin mal einen Anfang gemacht hat. Ja, das ist das erste Mal, dass ich Silvio Berlusconi lobe. Bei Rammstein ist man noch nicht so weit. Ganz Deutschland diskutiert die Vorwürfe, die da zurzeit im Raum stehen. Was haben die Frauen denn anderes erwartet? Warum geht man denn zu einem Rammstein-Konzert, wenn man keinen Sex mit dem Frontmann will? Wegen der Musik ja wohl kaum. Und überhaupt, was hatten die eigentlich an? Und denen geht es ja nur um Aufmerksamkeit. Viele Fans solidarisieren sich gerade mit der Band. Ja, sie wollen einfach nicht wahrhaben, was da gerade an die Öffentlichkeit gelangt. Die sympathische deutsche Kuschelband Rammstein, das kann doch alles nicht wahr sein. Es ist ja einer der wenigen Exportartikel, für die wir in der ganzen Welt noch bekannt sind. Rammstein kennt jeder. Rammstein wurde geliebt, weil die ganze Welt sich fragen konnte, die Deutschen. Sind die eigentlich immer noch so scheiße, wie wir sie historisch in Erinnerung haben? Und dann sieht man Rammstein und denkt, jup. Können wir das so sagen, ohne eine Abmahnung von Lindemanns Anwälten zu kriegen? Ja, das müsste durchgehen. Okay, man muss wirklich aufpassen im Moment. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt ja und nach wie vor gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Was kann man gesichert sagen? Gesichert sagen kann man zurzeit. Rammstein-Sänger Till Lindemann ist ein Mann, der aussieht wie ein Sparkassenangestellter, der versehentlich in die Welt von Game of Thrones geraten ist. Und auch so textet. Ja, Lindemann gilt ja vielen als großer Dichter. Dichter so sensibler Zeilen wie Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein. Nein, sie muss nicht reich sein. Kein Model mit langen Schritten, doch dicken Titten. Der ehrwürdige Heinrich Bölferler, Kiepenheuer und Witsch hat die Lyrik von Lindemann veröffentlicht, unter anderem Vergewaltigungsfantasien unter Einsatz von K.O.-Tropfen. Inzwischen hat sich der Verlag von Lindemann getrennt, mit sofortiger Wirkung, nach zehn Jahren Zusammenarbeit. Offenbar hat jetzt mal jemand das Zeug gelesen und gesagt, Moment mal, Tagebücher passen doch gar nicht in unser Verlagsprogramm. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so acht Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Die haben nicht gewirkt, als wären die da. Ich wurde hierhergeholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das ist eben Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist eben so. Wenn das Rock'n'Roll ist, dann habe ich kein Problem damit, für den Rest meines Lebens nur noch Rolf Zukowski zu hören. Rammstein hat dann reagiert. Die Frau, die die jungen Zuschauerinnen für Lindemann gecastet hat, wurde gefeuert. Ich vermute, Lindemann wollte nach dem Konzert eigentlich immer in Ruhe, wie jeder normale Mensch, ein Schaumbad nehmen und dann noch ein bisschen Fernsehen. Und die verdammte Casting-Direktorin hat da immer wieder junge Frauen angeschleppt. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht Lindemann war. Auch menschlich. Abgesehen von Till Lindemann, das Kernproblem ist ja, dass mächtige Männer offenbar immer noch und immer wieder das Gefühl haben, Frauen benutzen zu können. Diese Allmachtsfantasie, da ist der starke Mann, der alles kann und seinen Samen über die ganze Welt verteilt. Im Gegensatz zur schwachen Frau, die ihn für sein Tun bewundert und nur auf ihn und sein überschätztes Geschlechtsteil wartet. Eine absurde Vorstellung, aber sie scheint erschreckenderweise weit verbreitet zu sein. Dann